Hallo, ich bin irgendein fremder Mann und ich bin ganz gespannt, was ich zu Weihnachten bekomme. Oh, da ist er schon mein Geschenk. Hoffentlich ist es in diesem Jahr etwas Schönes. Ich bekomme ja fast nie schöne Geschenke. Wow! Ihr habt mir Karten für die fabelhafte Welt der Therapie, das Soloprogramm von Helene Bockhorst, gekauft. Jetzt weiß ich, dass ihr mich wirklich liebt. Das ist doch diese Künstlerin, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour ist. Ich liebe sie auf eine harmlose Art, die niemandem Sorgen bereiten muss. Die fabelhafte Welt der Therapie von Helene Bockhorst, das ideale Weihnachtsgeschenk für alle Menschen.